So, hier sehen Sie das Rio Concordia an der Blei de Palma. Schönes Blick aufs Meer. Sie sind schön hell eingerichtet. Tolles Ambiente. Hier der Ausblick direkt aus Rio San Francisco. Kleine Fernseher. So, alles vorhanden, was man braucht. Hier, ich wünsche euch alles Schöne. Wenn es euch gefällt, einen schönen Aufenthalt. Ich bin der Inhaber vom Reiseprofeller in Hammelburg. Ihr könnt mich gerne anrufen unter 09732 2600. Danke, tschüss.